Indem du down gehst. Finde ich halt sehr witzig. Da ist ja noch was, das wir besiegen können. Mach's fertig. So, wir klettern mal jo. Auf den Zelda-Turm. Und machen hier das an. Wie bei Zelda. Ist hier kein Item? Fast das richtige Spiel, Miri. Fast das richtige Spiel. Okay. War's das? Das sind ja noch zwei Items auf dem Button. Kann ich nicht hochhüpfen, schade. Ich hab schon ein bisschen doves Kind, ne? Ich kann hier runterhüpfen. Hui! Da hat sich das arme Pokémon hier erschreckt. Okay, zweitens. Ich hab eindeutig das Gefühl, die haben hier ganz viel von Pokécraft geklaut, oder? Ja. Ich fand schon, Legenden Arceus sah sehr nach Pokécraft, beziehungsweise Pixelmon-Mod aus. Wie gesagt, da ging's weiter hoch. Wo geht's denn da weiter hoch? Was? Oh, das hat schwierig. Glaube, ich geh unten links jetzt erst mal zur Arena. Tu das. Ich bin in einer Ruine. Du hast noch nicht mal den Himmelsherrscher besiegt. Nee, der ist auch zu stark. Ja, du machst hier die Hälfte ja gar nicht. Wie, ich mach die Hälfte. Da war noch ne Leiter. Okay, ich geh gleich noch mal gucken. Aber erst muss ich hier das Item, das hier noch irgendwo ist, einsammeln. Da. Okay, ich gucke, ob da wirklich ne Leiter war. Wir gucken uns das noch mal an. Schillinge hat das aber überlebt. Ich glaub's ja nicht. Schillinge. Sagt er ja nicht, du könntest über die Map schnell reisen. Oh, warte, war da was? Kann man über die Map schnell reisen? Ich hab noch nicht getestet. Doch, doch, ich glaube, ja, ne? Wie in Schwert und Schild auch schon. Ja, da ist tatsächlich ne Leiter. Oh, das könnte sein. Wer gesagt, da ist ne Leiter. Nicht. Warum? Mir. Kletter da hoch. Bist du wieder abgestürzt, oder was? Ja, sie ist einfach wieder rückwärts runtergeklettert, nur weil ich die Kameraperspektive bis hin geändert hab. Eine TM. Fußtritt. Oh, das geht ja noch weiter hoch. Das ist ja unheimlich. Vielleicht seh ich Baloui von da oben. Ja, das glaub ich auch. Oh, ist das so ein Lager von dem bösen Team, das da hinten ist? Oh, hier ist so, ah. Ja. Die Kiste mit dem Ding drin. Welche Kiste? Ein Geerspenst. Ich hoffe, ich bin nicht sehr effektiv, sonst ist es gleich nicht mehr. Oh, da kommen so Dornen raus. Habt ihr das gesehen, als ich angegriffen habe? Okay, wir gucken uns da jetzt nochmal genauer hin. Ja, wild. Das ist ja cool. Morlord ist einfach ein sehr feines Pokémon. Auch wenn das kein Morlord ist, sondern ein Zu-Seier oder so. Was ein ganz wilder Name ist. So, wir fangen das mal. Einfach nur, um es zu haben. Hier werden nur neue Pokémon gefangen. Nichts anderes. Nein! Hier werden alle Pokémon gefangen. Einfach ausbrechen. Miri, das sieht gefährlich aus, wie du stehst. Man, dieses Pokémon ist doch schwach! Mit einem Fuß am Abgrund. Das ist nicht gut. Warum ist Siebkex? Warum ist dieses blöde Pokémon so schwach? Was? Ich hab hier so ein Feuer, so ein glühendes Stück Kohle. Und wie ist das sehr schwach? Das wird später, glaube ich, ein richtig cooles Pokémon. Zumindest wie es aussieht. Ist das nur Feuer oder hat es noch andere Sachen dann dabei? Das weiß ich nicht. Ich mag halt nicht Pokémon, die nur einen Typ haben. Yay, jetzt endlich. Gespenst. Hat sich ja gelohnt, nochmal wegen der Leiter zu gucken. Vielen Dank für den Hinweis. Ja. Liegt vielleicht auch am Wesen. Ja, das kann natürlich auch immer sein. Ja, das Fangen geht wirklich schnell. Das stimmt. Das ist sehr angenehm. Ja, man muss nicht immer stundenlang warten. Hui. Danke, Rotom, fürs Fangen. Verbrennen, dein Käfer. Das ist aber gemein von dir. So, wie komme ich zurück in die Stadt? Nellreise, hatten wir doch gerade besprochen. Minus. Aber ich war ja noch nicht in der Stadt. Ach so. Das ist ja eine neue Stadt. Das ist ja nicht die alte, oder? Das ist eine gute Frage, ob du in die und in welche Stadt du da gerade willst. Ich kann die Karte nicht aufmachen. So, jetzt. So, da möchte ich die Straße der Sterne. Nee. Ah, das ist was anderes. Wo war ich? Ich glaube, ich war hier. Wo war ich? War ich hier? Ich habe keine Ahnung. Hoffentlich falle ich nicht. Wie wäre es, wenn ich die Schubsse... Ha, 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 ha. Das ist nicht schlimm. Rotom fängt dich. Sag mal so, es bekommt den gleichen Typ-Kombi wie der Feuerstarter. Sieht aber mega gut aus. Oh, okay. Hüpf, Miri. Ich werde angerufen. Ich wollte mich gerade runterstürzen und werde angerufen. Okay. Was ist deine Kombo nochmal? Feuergeist. Feuergeist. Ja, das klingt doch nett. Ja, Operation Stardust. Wieso hat der nur einen Ditto? Oh. Wir wissen alle, wer er ist. Das ist der Direktor. Er sieht doch anders aus. Lewal. Na klar. Ja, ich bin gut im Rat. Ah ja. Ein Kumpel von Miri. Ja, stimmt. Du hast eine Geistertacke. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Kann ich nebenolag sein? Ähm. Es ist zu spät, Patschi. Ah ja. Ich bin mal jemand, der weiß. Also kann das aber sein, dass mir das Leveln hier deutlich langsamer vorstanden geht als in den letzten Teilen. Ey, wir spielen jetzt schon 5 Stunden und ich bin jetzt Level 20. Das ist schon krass. Sonst bist du beim zweiten Orden schon so weit. Aber keine Ahnung. Vielleicht kommt es einem nur so vor. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aha. Ja. In meinem Namen wurden Herausforderungen geschickt. Das ist nett. Da vorne ist es gefährlich. Gut, dass ich da was sagen konnte. Nee, 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 nee. Die Pokémon dort sind super stark. Geh mal rein. Was ist denn das da in der Höhle? Warst du da schon? Ist das auf der Route, wo man irgendwo reinspringen muss? Ja, nee, weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Da kommt aber unten links. Ich bin noch wenig unten links zur Stadt. Keine Ahnung, ob das super stark ist. Weiß ich nicht, ob das das gleiche ist. Ich bin halt nicht hingegangen. Ach so. Okay. Hau mal rein, Miri. Das ist doch der Direktor. Ah ja. Ah ja. Tja. Tschüss. Fili, Miri. Hallo, Fili. Stimmt, Fili ist da. Hallo, Fili. Oh, und du bist doch wieder getötet. Ach, wie schön. Schön, ich liebe es. Wenn dein Plan nicht funktioniert. Was war dein Plan? Ich hatte keinen. Okay. Wolltest du dein Feuerding heilen, äh, leveln? Oder was? Ja, und es ist aber so low. Es gibt uns sind. Ja, aber es wird ja mit hochgezogen oder nicht? Ja, aber langsam. Viel zu langsam, meiner Meinung nach. Ich bin nicht da. Okay. Ja. Ich bin diese Knalltüte, Miri. Gern geschehen. Was ist das jetzt? Was machst du jetzt gegen das Camp Stardust? Nein, anscheinend kämpfe ich jetzt dagegen. Ah. Glaube ich. Stell dir vor, du wirst da eingestellt und bist verpflichtet, diese blöde Bewegung jedes Mal vorm Kampf zu machen. Müsste ich jetzt nicht haben. Sollte ich in der Firma, in der Firma tanzen, wir haben jetzt jeden Morgen den Engdrucker tanzt. Eine schöne Idee. Ja. Eine sehr schöne Idee. Danke, danke und vielen, vielen Dank für den Resub im zehnten Monat. Dankeschön. Ein Vögelchen. Na, da weiß ich doch, was ich tun muss. Das machst du eh nicht. Ach. Ja, Vögelchen. Nein, mache ich auch nicht. Welches Level ist der denn? Level 19, oh. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich bin Level 20 mit dem Pokémon. Wer wohl als erstes kündigt. Weiß ich nicht. Hier ist eine weiße Katze reingekommen. Hast du die reingelassen? Ja, vorhin schon. Achso. Schon vor einer ganzen Weile. Also wild, dass du sie erst jetzt siehst. Vorhin, als ich dir die Pizza gebracht habe. Ah. Sie ist jetzt erst angekommen und will sie gestreit werden. Interessant. Interessant. Hat sich so lange versteckt. Ja. Auch wild. Du bist ja noch gefährlicher. Noch gefährlicher als diese gefährliche Höhle. Na dann. Kann die Höhle ja nicht gefährlich sein. Ja, verloren. Tut mir leid. Wir könnten hier aus Versehen runterfallen, Shad. Und dann? Wir sind auf einer Küste. Da ist mit Sicherheit auch irgendwas. Was passiert, wenn ich jetzt aus Versehen runterfalle? Wahrscheinlich nie wieder raus. Du bist. Ja, ich habe mir... Es gibt so einige Stellen, wo ich denke, besser nicht. Achtung, nicht zu Fuß erreichbar. Was heißt das? Ah. Asrilla-Grotte. Zu Fuß nicht erreichbar. Das heißt, man muss fliegen können, um hier weiterzukommen. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Vermute ich mal. Ja. Nein. Ich denke, man muss unten durchs Wasser schwimmen. Das, wo mir halt das Pokémon für fehlt. Ah. Dafür muss ich den Herrscher besiegen. Ja, ja. Okay, okay. Macht alles Sinn. So, warte mal. Jetzt guck mal, habe ich die Frage. Komme ich zu dem Pokestender zurückgefliegt? Fliegen. Oh ja, das geht. Hui. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ah. Ich wollte nicht gegen dich kämpfen. Mist. Wäre schön, wenn dann nach der Animation mein Team auch heilige Halt wäre. Ja, ne? Das würde so viel Zeit sparen. Ach, bin nichts. Direkt besiegt. Das ist ja schon mal was. Wurfels wurde besiegt. Vielleicht soll ich auch mit Hilfe der Map zurück. Ich glaube, das ist deutlich schneller. Ist es auch. So. Dann muss ich das ganze Stück aber wieder zurücknehmen. Wenn dieses Pokémon sich wenigstens mal endlich irgendwann entwickeln würde, ne? Wäre ja alles fein, aber... Das dauert sich eine Weile. Wenn die so schwach sind, ziehst du die ewig mit. Ich sag's dir. Weil die danach umso stärker sind. Ich fürchte es. Ich weiß ja nicht, ob ich so den Herrscher schaffe oder ob ich ihn wieder nur die Klatsche abhole. Ich hab gar keinen Bock drauf. Ich schleiche mal wieder. Ja, nach dem Heilen. Jedes Mal. Ah, come up. Schön, dass du da bist. Ja, nach dem Heilen. Ich weiß auch nicht, warum. Es gibt also Cameron. Nein. Cameron. Pachi, gib dazu. Ihr wollt doch nur sehen, wie ich auf Schnauze kriege. Bin ich richtig? Ja. Um euch dann wieder, um mich lustig zu machen. Nein, das würden die niemals machen. Nein. Haben wir uns schon lange nicht mehr gesehen. Nee, du bist ja auch was weiß ich vorhin abgehauen. Ich dachte, du bist in die Stadt gegangen. Dann müsstest du ja schon an mir vorbei sein. Superball. Hör, ist das jetzt eine andere? Ist das eine andere Festung? In deiner Festung. Nee. Ich war vorhin hier, oder? Was ist das hier jetzt? Ist das eine andere Seite da? Hier geht's nicht lang, okay. Dann bin ich am Ausgang von dem Ganzen. Okay. Da kann ich nicht hinfliegen, ernsthaft. Warum nicht? Da weiß ich auch nicht. Ach da. Geht's da rein? Nee. Hä? Okay, ich bin voll verwirrt. Wo muss ich denn hin? So, Herrscher-Pokémon. Versuchen wir doch mal unser Glück, hä? Ja, hier. Hier, das sieht richtig aus. Wow, das war gar nicht verwirrend. Weißt du nicht, wo du zuletzt warst, oder was? Nein, das waren zwei Wege. Und beide führen wohin? Nach Rom. Ich wünsche dir viel Glück für deinen Kampf. Oh, die ersten drei Pokémon aus meinem Team. Okay, okay. Dann nehmen wir den mit. So sehr ich die Olive mag, wahrscheinlich besser nicht. Nehmen wir Morloth mit, oder? Unlicht, Unlicht, das ist nah. Nehmen wir Morloth nicht mit. So, ich glaube, das ist so ein gutes Team. Auf geht's. Keine Ahnung, was ich tun muss, aber let's go. Krieg ne Erklärung davor. Team Star hat eine besondere Vorliebe für besondere Kämpfe. Nee, warte. Star Rush, okay? Star Rush. Hört sich spannend an. Hört sich sehr spannend an. Das Problem ist, dass Pikachu einfach Hast du Pikachu im Team? Ja. Hast du damit ein Problem? Nee, nee. Nur so ein bisschen. Okay, okay. Ich hoffe, ich habe verstanden, was er von mir will. In zehn Minuten muss ich 30 Pokémon besiegen. Okay. Let's go. Zehn Minuten, 30 Pokémon. Nur dann. Kapier am Automaten wieder auffüllen. Okay. Drei, zwei, eins. Oh Gott. Das setzt mich unter Druck. So ein bisschen. Hier, da. Das hier. Sind da noch Pokémon? Nee. Aber mit Schnellkampf? Wir haben einfach einen Haufen Zoroa hier. Also lo- Oh, was denn? Krass. Ja, ja, genau. Mit Schnellkampf. Kannst du drei Pokémon auf einmal losschicken. So. Dann hast du ja Automaten, an dem man heilen kann. Aber das Team ist ja noch voll geil. Oh, warum hat das jetzt? Achso. Oh, ja gar nicht. Ja, weil du wahrscheinlich den richtigen Typ im Alter, der das richtige Pokémon verhindert. Oh, 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 Todeshund ist aber... Wir heilen mal eben. Der hat der Half-Life nur noch plötzlich. Oh, so lange dauert das heilen. Okay, das sollten wir uns gut überlegen. 16 von 30 Pokémon besiegt. Alles klar. Wo gehst du hin? Oh, da sind gar keine mehr. Oh, ich suche Pokémon. Ah, da. Team, auf geht's. Wo läuft das hin? Wo geht das? Was ist das hier? Muss ich da hoch? Ah, das sind noch mehr. Okay. Ich glaube, die schwerste Aufgabe ist überhaupt, die Pokémon zu finden. Wo sind denn alle? Da unten sind noch drei. Und da sind noch zurecht. Oh, ich glaube, wir haben's gleich. Team, auf geht's. So, das sind die letzten hier. Besiegt. Alle drei sich besiegt. Sehr schön. Einfach Massenvernichtung. Ja, ich glaube auch. Ja, ruft euren Boss, ne? Ruft den. Das ist ja wild. Was ist los? Ja, in zwei Minuten statt in 30 habe ich sie besiegt. Das ist... Wow. Ich denke, das ist gut. Äh, in 30, in 10, natürlich. 30 Pokémon waren's. In 10 Minuten. Okay, alles klar. Das ist eine interessante Art von Kämpfen, muss ich sagen. Finde ich nicht schlecht. Irgendwie. Das ist sehr interessant. Ja, ich hab eine ganz schöne Nummer abgezogen. Ich weiß, ich weiß. DJ Evil. DJ was? Er macht jetzt Party für mich. Wieso? Weiß ich auch nicht. Er macht jetzt Party für mich, um mich zu besiegen oder so. Wie macht er... Er hat... Du wirst es sehen, wenn du ihn siehst, wie er Party macht. Dass er anders will. Ah. Ah, ich hab natürlich mein Kampf-Pokémon vorne. Das freut sich. So. Yay, ich hab den Herrscher der Welt besiegt. Hä, es ist ein Glückwunsch. Ja, danke. Oh, du kommst schon noch ein drittes Mal. Mach's weg. Sehr schön. Dann hab ich von jeder... Von jeder der drei Aufgaben hab ich jetzt schon eine erledigt. Wenn ich den besiege. Das ist sehr cool. Bleiben nur noch sieben von jeder. 100. Ich glaube fast, dass mit 40 Stunden ist nicht untertrieben. Ich glaube auch. Hm. Warte, das ist ein Pokémon. Wer? Nein, ich bin da gerade bei dir. Was ist denn das? Was ist das? Was ist passiert? Hä, die können doch nicht aus dem Auto ein Pokémon machen. Was ist das? Oh, Level 20. Ah, was mach ich für Schaden? Gar keinen? Ist das legal? Ich glaube nicht. Ich hab jetzt erstmal die geheime Gewürz-Zutage gefunden. Wie kann denn das sein? Nun. Schlag es. Jetzt gibt's Essen. Hilfe. Komm schon, mach mal fünfmal Armstoß. Finster Turbo, okay. Okay. Ich mach ihm halt gar keinen Schaden. Wie kann das ein Pokémon sein? Das ist ein Dämon, aber doch kein Pokémon. Das wild. Oh, ein Kappi überlebt. Patschi, let's go. Damit hab ich nicht gerechnet. Ich mein, am Anfang hat er ganz normalen Pokémon eingesetzt. Aber dann war er, dann war sein Auto ein Pokémon. Wie kann das sein? Der ist so süß. Der ist Auto-Pokémon. Nein, mein kleines, legendäres Pokémon. Wenn es nicht diese hässlichen Reifen hätte. Ja, die Reifen sind echt nervig. Bei meinem passt es wenigstens noch dazu, bei deinem ist es irgendwie seltsam. So, wir knuddeln jetzt das Auto. Knuddel das Auto. Näm, näm. Attacke. Die Frage ist, gibt es das als Nicht-Boss? Ja, das ist eine gute Frage. Ob die auch einfach so rumfahren können. Das wär ja, das wär ja so gar nicht mehr Pokémon. Knuddel ist weiter. Ja, das hat wenigstens mal richtig gut Schaden gemacht. Aber klar, mit der Kristallisierung. Okay, vier Gewürze. Das heißt, bei den Gewürzen sind es nur fünf Aufgaben. Genau, da gibt es nicht so. Worden sind es acht plus Liga. Da weggeknuddelt. Oh, jetzt ist das Auto kaputt. Hast du den Boss von den Star-Trotteln besiegt? Mhm. Mein Hund und ich. Sehr schön. So ein Auto, Alter. Das sind genau 18 Aufgaben. Okay. Diese Teufel hat schon ausgerechnet. Hast du alles schon geschafft, Teufel? Ein Jahr und einige Monate zuvor. Okay. Sind das die anderen Anführer? Die, 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 die. Aha. Fangen aber auch viele und Raiden auch ganz gut. Du machst schon Raids. Also für seltene Pokémon. Cool. Okay, wilde, wilde Hintergrundgeschichte von ihm. Wild. Okay, jetzt Carpadore. Die müssen wir mal fangen, ne? Warum kriegt Carpadore nicht mal eine neue Entwicklung? Nun, warum nicht? Ich finde, es hätte das verdient, eine eigene Regionalformat zu kriegen. Welche Rune? Dankeschön für sechs Monate. Uga, danke, danke. Jetzt greift doch der Scheiß Kammerdor an. Wenn das 18 sind, sind das dann für jeden Typ eine Aufgabe? Ja, habe ich halt so geschrieben. Ah, okay. Zu jedem Typ einer. Aber was heißt denn Typ? Pokémon-Typ. Feuer, Wasser, Unlicht, Geist, Gift. Oh, so machen die das wild. Schmarotze habe ich bekommen. Das ist ja cool. Die Meinung von Gletschern zu Klimawandel. Wir werden sehen. Wow. Wow. Wild. Carpadore gefangen. Ja, rate, wenn ich nicht ins Team nehme. Superfischi. Superfischi kann mich mal kreuzweise. Hast du es auch Superfischi genannt? Nein. Bin ich doof. Viel. Kann das jemand Katze erzählen? Nein. Jemand muss das Katze sagen. Können die Katzenfanatiker machen. Nenne nicht freiwillig meinen Pokémon Superfischi. Aha. Voll Swag von dir. Ja, das war also. Das Gespräch hier ist wild. Der Big Boss wollte das Team auflösen. Ist es Giovanni? Ein Giovanni? Moment. Ist es nicht, äh, falsche Jen? Aber der wollte auch sein Team auflösen. Frage für einen Freund. Katze hat ja schon genug mit Dalu über Superfischi diskutiert. Warum das? Aber ehrlich. Apropos, wir waren immer noch kein einziges Mal oben, ne? Machen wir da morgen, würde ich sagen. Gucken, ob die morgen noch alles spielen. Wann ist es denn fertig? Wer weiß. Oh, nein. Oh, Cassiopeia ist der Überboss, ne? Ein LP? Ein Let's Play? Ach, nee. Liga-Punkte, okay. Mann, das ist das scheiß Feuer-Pokémon. Das ist immer noch erste Entwicklung und schon Stufe 18. Erste, immer noch. Mann. Mit 80? Ich habe ja ganz viele Pokémon, die schon über Level 20 sind. Oder ist das der Überboss? Bist du der Überboss? Nee, vom Versorgungstrupp. Ah, okay. Nee, ich denke, Cassiopeia ist der Überboss von dem Teamstar. Du hast was als Hackerin drauf. Da bist du. Doch, dann bist du. Warte. Cosima ist Cassiopeia und Cassiopeia ist der Überboss. Ah. Ach so, jetzt wird es aber wild. Jetzt wird es jetzt nicht. Miris Fan-Theorien. Miris Fan-Theorien. Naja, Cassiopeia hat gesagt, du sollst das machen. Du bist Cassiopeia, ne? Ich sehe schon, ich sehe schon. Oh, hat sich ausgebibelt hier. So, dann hätten wir das mal erledigt. Baluia dann Carpador gefangen. Das sind doch die Nachrichten, die man zum Bosskampf lesen will. Ja, ganz super ist das. Ich bin so steuerhaft. Ich habe einen Carpador gefangen. Ja, dankeschön. Voll gerne. So, ich glaube, ich würde gerne in die Stadt als nächstes. Und da ist dann der nächste Herrscher. Also nicht in der Stadt. In welche Stadt gehst du denn zuerst? Unten links wäre ja halt vielleicht schlauer. Garrafosa City. Na gut. Ist das unten links? Ganz, ganz unten links. Nein, nein, Garrafosa ist nicht. Wo bist du denn gerade? Ja, ich gehe jetzt nach ganz unten links. Ich will jetzt erstmal gucken, ob es da stattfindet. Achso, du gehst nicht nach Garrafosa? Ne, ich gehe nicht zu Garrafosa, ne. Hatte ich jetzt nicht vor. Das wollte ich nicht. Hallo. Ich möchte kämpfen, bitte. Matthias, der Akademieschüler. Ich könnte ja bitte nicht den dummen Hut tragen. Wer hat einen Carpador? Wer hat nur einen Carpador? Wer hat dich in der Akademie aufgenommen? Mein Elektropokémon ist leider down. Das ist nicht so gut. Ich habe ja auch noch eine Pflanze. Ja, du beleidigst, wenn du deine Entwicklung doof findest. Einmal ausgesucht, kann man das jetzt leider auch nicht mehr verändern. Welche Entwicklung? Ja, die, was aus diesem Geistding wird hier. Aus dem Feuergeist. Jetzt mag er sich nicht mehr. Jetzt mag er sich nicht mehr. Ich finde auch, ich finde, dass, äh, das ist ja, es gibt ja für meine Generation auch so ein ähnliches. Das finde ich cooler als deins, glaube ich. Vom Aussehen her. Oh, Carpador, tschüss. Der ist sehr traurig. Einfach besiegt. Sieh, ich bin weiblich. Ja, Entschuldigung. Pikuda. Was ist ein Pikuda? Und ich bin alt. Ah, ah, der Barracuda. Es beißt mich aber mit seinem Hintern. Das ist ja eine seltsame, seltsame Animation für die Attacke. Ja, das war nicht das, was ich drücken wollte. Hoppala. Tschüss, ich bin doch mal weg. Am Namen zu erkennen, ob jemand männlich oder weiblich ist, ist halt auch ein Ding der Unmöglichkeit. Das stimmt. So, da der Prof da so schön am Rand steht. Giraimo! Bist du runtergesprungen oder gesprungen oder was hast du gemacht? Ja, bin einfach runtergegetet. Bin doch nicht so ganz sicher, ob das richtig ist, aber ist mir egal. Oh, jetzt habe ich nicht eingesammelt. Hat auf jeden Fall die TM Drachenroute gegeben, toll. Hat sich gelohnt, meinst du? Ja, ja, total. Oh, ah, das wäre die Höhle, wenn man runterläuft oder was? Ah. Ah, ich habe abgekürzt. Sehr gut. Nun, wisst ihr Leute, so macht man das halt. Einfach abgekürzt wärst du in der Leitung. Was bist du, was bist du denn für ein Wattwurm? Oh nein, hast du das Dick da gefunden, ne? Was für ein Dick da? Okay, anscheinend nicht. Erstmal habe ich eine Möwe gefunden, eine Taube oder weiß ich nicht, was das ist. Wo ist denn die Arena dieser Stadt? Das ist ein Wattwurm, das geht aber nach einem Elektro-Vogel. Wolltrill hört sich nach Elektro an. Das ist ja, das ist aber eine Unterstellung. Was ist das? Ist das ein Hüteladen? Kann ich da meinen Hut ausziehen? In der schönen Stadt angekommen. Okay, Wolltrill habe ich gefangen. Es hat zum Beispiel keine Elektro-Attacke eingesetzt. Eine Schirmmütze. Elektro-Flug ist es. Keins einsetzen. Ein Elektro-Flug ist aber auch wild. Das stimmt allerdings. Wir wünschen stets Mut zum Hut. Ich glaube, das nehme ich dann statt Pikachu mit. Das hat ja dann die Flugding nicht. Die Flug... Also, verliert er dann nicht gegen... Ja. Oh, warte mal. Patschi wollte das werden. Warte mal, vielleicht kann ich das noch umbenennen. Da kann ich es nicht mehr umbenennen. Warte, Bericht. Spitznamen ändern kann man. Okay. Ein Wolltrill hat Valori gefangen. Hä? In den Friseur kann ich reingehen. Aber die anderen Läden sind nur... Wild. Ich denke, je länger ich dieses Spiel sehe, desto mehr bin ich mir sicher, denen fehlte einfach massig Zeit noch. Ja, natürlich. Aber warum? Ja. Warum bringen sie es dann überhaupt raus? Das Spiel ist ja eindeutig nicht fertig. Nach oben oder nach unten? Gute Frage, Kind. Ja, welche Wattwürmer, Alter. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Oh. Wasser, Arena. Ich will den Arena-Leiter. Oh, das war der Arena-Leiter, der gerade an mir vorbeigerand ist. Er ist abgehauen. Er so, nope. Miri, nope. Ich muss ihm jetzt deinen Geldbeutel bringen. Wow. Ich habe seine Geldbörse erhalten. Miri wurde nie wieder gesehen. Ja. Aber das ist neuer Arena-Leiter. Wenn er Arena-Leiter ist, sollte er gut Geld drin sein. Was? Ich muss durch die Wüste gehen? Wo geht er denn hin? Okay. Karte. Aber ist das ein Witz? Na, da hinten. Wie? Boah. Okay. Wie komme ich denn in die Wüste? Muss ich hier lang? Wahrscheinlich. Das fliegen wir da mal hin. Und gehen von dort aus weiter anscheinend durch die Wüste. Aber das ist auch das nächste Herrscher-Pokémon. Und deswegen passt mir das ganz gut, glaube ich. Na, hast du Spaß am Kämpfen? Wo ist er denn? Was zum Geil ist das im Wurke geworden? Was hast du gefunden? Schlickda, heißt es. Das Dickda-Ding. Nicht? Ich weiß nicht, ob das ein... Ja, also klar, es ist irgendwie so ein Dickda. Natürlich. Aber es ist ein langes Dickda. Ja, und weiß, ne? Ja, ich bin gerade am Strand. Es ist gräulich. Also ja, ja, ja. Könnte weiß sein. Ja, ja. Alles gut, jetzt sieht man die Farben hier so schlecht. So, herzlich willkommen in der Wüste. Aber mit Strand meinst du die Wüste, oder? Die Strandwüste? Ah, ich schleiche mal wieder. Das ist Willi. Willi, der Wattwurm. Ja, so sieht's aus. Ja, gut, dass ich kein Wasserpokémon habe, aber ich habe eine Pflanze. Die Pflanze muss das regeln. Du hast Oliwe. Ich war noch gar nicht einkaufen. Ich soll nochmal Zeug kaufen. Oliwe muss alles regeln. Ich muss erstmal einkaufen gehen. Ich habe, glaube ich, noch nie hier was eingekauft. Außer ganz am Anfang einmal geguckt, was es gibt. Oh, was zum Geil? Wo die Gäste in den Schwanz gebissen? Ah, super Tränke. Ein Pikuda. Hi. Wie viel Geld habe ich denn? Wir gehen mal shoppen. Wart mal dazu, mir geht kein... Superball. Ja, das war einfach, okay. Den Kampf gegen den Herrscher muss ich mir anschauen. Ja, warum? Warum toll? Das hört sich irgendwie ungut an. Ja, ne? Irgendwie habe ich dann ein schlechtes Gefühl. Das Problem ist, das ist bestimmt ein Bohnen-Pokémon und mein Team hat da voll Probleme mit, glaube ich. Oh, ich muss nicht laufen. Ich hoffe mal, die Oliwe entwickelt sich bald. Ist ja schon Level 24. Oh, was? Wir haben uns noch entwickeln lassen. Was machst du denn hier? Wer? Einfach so in der Wüste. Jetzt könntest du bitte... Ich will mich fangen. Die Rahmars-Vorentwicklung. Ah. Todesund, mach's gut. Kriegen wir das direkt mit einem Flottball gefangen? Ich habe einen. Let's go, Flottball. Wie viele Gierspenstmünzen muss man sammeln, bis man fertig ist? Alle. Gefangen. Wird nicht ins Team kommen, aber es ist ein cooles Pokémon, deswegen wollte ich es fangen. Cool. Hallo. Ja, ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich bin mir nur noch nicht sicher, ob ich da am Ende weiterkomme. Wo bist du denn hin? Nach unten links, zu der Arena, zur Psycho-Arena. Ach so. Vielleicht... Aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass das nicht gut geht. Die... Ist das Puerto... Ne. Ist das eine andere, oder? Wild, wo bist du denn? Ganz unten links. Psycho-Arena. Okay, du läufst also wo ganz anders lang als ich. Ne, warte, ist das nicht unten links? Warte. Ach, der ist Level 38, hat sich erledigt. Siehst du, und deswegen hättest du weiter Miris Weg folgen sollen. Ich glaube, da gehe ich doch nicht weiter. Das kommt davon, wenn man nicht Miris Weg folgt. Ich dachte, es ist egal, wie man läuft. Warum muss ich denn... Lauf doch direkt hin. Die Pokémon davor werden entsprechend stark sein, dass du gut vom Level her hinterher kommst. Oh. Okay, wir probieren das dann... Ah! Ey! Kannst du mich nicht einfach über den Haufen rollen? Ich wollte noch nach... Fair... Ne. Das ist Level 35! Okay. Kein Wunder, dass meine arme Olive keine Chance hatte gegen das Donphan. Ich glaube, wir sind mit dem Donphan hier voll. Hilfe! Ich glaube, Donphan ist ein bisschen zu krass. Das war nicht so gut. Wo bin ich denn überhaupt hier? Warum ist die Minimap denn so kacke? Man weiß gar nicht, wo man gerade ist. Warum geht denn automatisches Heilen nicht, wenn das Ding besiegt ist? Wie dumm ist das denn? Wenn ich Autoheilen mache, setzt er dann zuerst meine schwachen Heil-Items ein. Was ist das? Warum ist da ein Strauß? Warum ist die Map... Och, Miri, das war nicht unten links. Das ist, weil die... Doch, war doch unten links. Die Map kannst du drehen und dann ist das links und rechts und so alles verdreht. Blöd. Wo bist du jetzt hin? Du bist jetzt nach Garaf City? Äh, ich bin in der Wüste. Also, ey... Ja, wir gehen den Weg des Miris weiter. Okay. Ich bin auf dem Weg nach Puerto Marinedo. Ich weiß aber, du musst aber dann zuerst nach Garafosa City. Ja, ich muss ja erst noch dann auch noch den Star-Gedöns machen, was du da gerade gemacht hast. Musst du ja nicht machen. Mach doch zuerst das, was du möchtest. Du kannst ja in jeder Reihenfolge machen. Ja, aber es macht ja keinen Sinn, das zu überspringen. Da ist der Strauß. Was ist das für ein Ding? Was bist du? Was hat das für eine Frisur? Ja, es ist... Ich habe den meisten Pokémon schon davor gesehen, aber... Oh, Level 38. Oh, shit. Nun ist der Weg auch nicht der richtige, den du da gegangen bist. Ich glaube nicht, dass es einen richtigen Weg gibt. Hä? Aber ich muss doch in die Wüste. Wo muss ich denn sonst hin als nächstes? Okay, ich glaube, wir gehen mal zurück. Aber wo müsste ich denn sonst... Wo könnte man denn sonst noch hin? Hier weiterlaufen? Nee. Warum ist denn die Karte jetzt so dumm gedreht? Wer hat denn das gedreht? Hör auf zu schleichen. Ich glaube, wir müssen erst mal noch woanders hin. So wird das hier nix. Aber die anderen Pokémon... Welches Level hat denn die Schlange hier zum Beispiel? Ich habe das Gefühl, ich kriege kaum XP von den... Jo, wir werden nie wissen, welches Level die Schlange hatte, weil sie einfach gegangen ist. Schön. Schlangen sind gut da drin, sich zu verstecken. Also ich finde das auch sehr undurchsichtig. Das ist Level 20. Ja, dann kann es ja nicht falsch sein. Da hat es vielleicht nur einen Elite-Mob da erwischt. Ja, zwei Stück hintereinander. Ja, okay. Das ist halt anders wild. Sonderbauerbefunden, jawohl.